Hey Leute, Frank hier, schön euch wieder zu sehen. In dieser Videoreihe stelle ich die neuen oder überarbeiteten Fractal Audio Factory Presets vor. Diese sind für das FM3, FM9 und XFX3 nahezu identisch. Heute zeige ich euch die Presets 106 bis 110 und am Ende spiele ich wie immer einen Song für euch. Viel Spaß dabei! Preset 106 heißt Machine Gun. Machine Gun ist ein Song von Gitarrenlegende Jimi Hendrix. Passend hierfür werden Effekte wie Fuzz Face oder Octave Distortion verwendet. Das Amp Model ist der Plexi 50 Jumped. Jumped bedeutet übrigens, wenn man beide Eingangskanäle überbrückt. Dadurch ist der Amp super vielseitig. Er kann von wunderschön glasigen Clean Sounds bis Heavy Rock alles. Bekannte User sind Jimi Hendrix, Eric Johnson oder Van Halen. Ich spiele jetzt Szene 2. Ich spiele jetzt die Musik von Gitarrenlegende Jimi Hendrix. Preset 107 heißt Bogfisch. Das ist der Bogner Fisch Preamp von Amp Guru Reinhold Bogner. Der vierkanalige Preamp aus den 80ern hat eine unglaubliche klangliche Bandbreite. Bekanntester User ist Jerry Cantrell von Alice in Chains. Ich spiele jetzt Szene 2. Ich spiele jetzt die Musik von Gitarrenlegende Jimi Hendrix. Preset 108 heißt Limelight Matte. Dieses Preset hat sicherlich der großartige Matt Pecone von Fractal Audio kreiert. Limelight ist übrigens ein berühmter Song der Band Rush. Matt hat in diesem Preset einen Tone-Match-Block verwendet und den Sound von Alex Lifeson perfekt eingefangen. Das Amp-Modell ist der High-Power-Brilliant. Das ist der fantastische High-Watt DR 103. Der Amp liefert den typischen British Tone. Bekannte High-Watt-User sind Pete Townsend, David Gilmour oder eben Alex Lifeson. Ich spiele jetzt ein paar Takte des Songs Limelight und benutze Szene 2. Preset 109 ist Glasleads. Das ist das Model des Cameron CCV100. Dieser zweikanalige Amp erinnert stark an einen JCM800. Ich zeige dir jetzt Szene 1. Das ist das Model des Wattes. 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 Untertitelung. BR 2018 Das Preset 110 heißt Stacked Delays. Als Amp-Model kommt hier der AC20 zum Einsatz. Der Morgan AC20 basiert auf einem Vox und so klingt er auch. Dieses Preset deckt einige typische Sounds vom U2-Gitarristen The Edge ab. The Edge ist ein echter Sound-Tüftler und Perfektionist. Er ist vor allem bekannt für seinen kreativen Umgang mit Delays. Ich zeige dir das jetzt in Szene 2. Bis zum nächsten Mal. Zum Schluss spiele ich einen Song mit dem Preset 109 Glass Leads. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.